Ja, ganz ganz toll. Wo ist deine Mütze? Meine Mütze ist da runtergefallen. Hast du da unten hingelegt. War auch Teil der Choreo, oder Kenny? Ja, die Mütze sollte da unten. Ich fand euch ganz ganz toll. Ja, guck mal, krieg ich Gänsehaut. Ihr müsstet gar nicht so aufgeregt sein. Ganz toll. Also, wer hat da jetzt Bock drauf? Wer möchte auch mal tanzen? Ihr alle wahrscheinlich, ne? Jackie, wenn ich dich richtig verstanden habe, werden ja auch so Flyer ausgeteilt. Unser ganzes Team schwirrt hier rum. Also die müssten... Ja, da hinten. Seht ihr mal die Mädels da? Die verteilen die Gutscheine. Stürmt sie an. Ja, geht tanzen. Wie gesagt, ich glaube, ich versuche das auch mal. Wir können das nachher hier hinter der Bühne mal ausprobieren. Ja, da bin ich sicher. Okay. Also, wir haben leider keine Zeit mehr für deinen Workshop. Aber das Tolle ist, ihr kommt heute noch mal wieder. Und dann wird es den Workshop auch geben. Ich gucke eben nach. Togodance noch mal um 17.05 Uhr. Und dann versprochen... Und dann versprochen auch mit Jackies Workshop und mit euch, dem tanzenden Publikum. Ja, es war toll, dass ihr da wart. Wir sehen euch gleich noch mal wieder. Jetzt geht mal was. Okay.